Wir simulieren heute das große EM-Battle und finden heraus, wer EM-Sieger wird. Das Ganze findet in EAFC 24 statt und am Anfang, jedes Land bekommt seine Region, wie wir es im Hintergrund schon sehen, und versucht dann andere Länder zu erobern. Der als letztes übrig ist, wird natürlich am Ende der Gewinner sein. Um den Gewinner zu ermitteln, haben wir alle Favoriten, also Länder, in ein Glücksrad gepackt und schauen, wer am Ende angreifen muss. Und als erstes angreifen muss Portugal. Jetzt müssen wir noch rausfinden, in welche Richtung sie angreifen. Und zwar, der Pfeil sagt, nach oben links. Wenn man jetzt also auf die Karte schaut, sieht man, dass Portugal gegen England spielen muss. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in EAFC. Leider hatte das Spiel nicht wirklich Chancen oder Highlights, deswegen springen wir direkt ins Elfmeterschießen zwischen Portugal und England. Der erste Schütze wird auf jeden Fall Bruno Fernandes sein und natürlich souverän oben links verwandelt. Damit gehen sie mit 1 zu 0 in Führung. Und Cole Palmer ist der nächste Elferschütze und er verwandelt auch sicher. Dann haben wir jetzt Ruben Nevesch, tritt an, direkt der Schuss und auch er trifft zum 2 zu 1. Jetzt Saka, vor ein paar Jahren bei der EM noch verschossen, aber hier souverän oben links rein und es steht 2 zu 2. Jota jetzt mit dem nächsten Elfmeter und auch er verwandelt souverän. Jetzt haben wir Watkins am Ball, schießt und Diogo Costa hat die Ecke, aber leider ist er reingegangen. 3-3, also für England. Und was war das denn bitte für ein Elfmeter? Der war ja mega knapp. Einfach knapp neben dem Torwart. Dreis schießt und Diogo Costa hält ihn. Das heißt jetzt Leao, Raphael Leao hat den entscheidenden Elfmeter für sich. Wenn er ihn reinmacht, ist Portugal weiter und er macht ihn rein. Damit gewinnt Portugal 5-3 im Elfmeter schießen. Wir sehen die Freude und Portugal erobert sich das Land von England. Hier sehen wir dann noch einmal vor dem Spiel die Karte und jetzt wie Portugal das Land von England erobert hat. An der Stelle lasst unbedingt ein Abo da, um weitere Videos auch nicht mehr zu verpassen. Wir springen direkt rein ins Glücksrad wieder. Natürlich England nicht mehr dabei und der nächste Angreifer ist Banja. Jetzt ist die Frage noch, wohin müssen sie angreifen und der Pfeil entscheidet nach oben rechts. Das heißt also, wenn wir auf die Karte schauen, Spanien muss gegen Italien ran. Es geht rein ins Spiel und hoffentlich wird es diesmal ein bisschen actionreicher als das Spiel davor. Und zwar 6 Minuten Italien direkt kommt zum Abschluss, aber Wahnsinnsparade von Unai Simon. Dann in der 17. Minute wieder Italien, aber Unai Simon rettet wieder die 0. Barrele auch mit einem schönen Dribbling in der 28. Minute kommt durch, aber schießt daneben und Italien deutlich am Drücker, wie man hier sehen kann. Wir gehen aber in die 37. Minute. Ferran Torres ist auf einmal durch und ins Kurzeck schiebt. Hier aus dem Nichts das 1 zu 0 für Spanien. Es kommt komplett unerwartet, aber so ist es, das Fußballgeschäft. Dann länger Zeit ist nichts passiert. 76. Minute Italien über außen, aber dann kommt Scamacca zum Abschluss, aber es ist kein Tor und damit endet das Spiel 1 zu 0. Und der Sieg bedeutet natürlich, dass Spanien das Land von Italien übernimmt. Wir springen direkt wieder ins Glücksrad und schauen, wer der nächste Angreifer wird. Und es ist diesmal die Türkei. Gegen wen sie spielen, entscheidet natürlich wieder der Fall und zwar nach unten links, zeigt er. Das heißt, Türkei muss gegen Spanien ran. Es geht somit ins Spiel Spanien gegen Türkei und es wird richtig, richtig spannend. Natürlich sind die Fans auch schon außer sich, feiern ordentlich. Die Türkei wird vor allem unterstützt und mal sehen, wie es losgeht. In der 9. Minute ist auf jeden Fall Türkei direkt am Ball. Ada Güler kommt zum Abschluss, aber Unai Simon rettet Spanien. Dann in der 16. Minute gefährlicher Freistoß. Für Spanien kommen sie zur Kopfballchance, aber auch nicht so richtig und damit geht der Ball ins Aus. In der 60. Minute sind wir mittlerweile Türkei. Kan Ayhan auf Kucic oder wie der auch immer heißt. Yilmaz kommt zum Abschluss und der Ball springt irgendwie zu Güler. Aber Unai Simon rettet Spanien wieder das 0 zu 0. Jetzt 86. Minute. Nico Williams über außen auf Mikkel Merino. Der sieht in der Mitte Petri und Petri kommt zum Abschluss in der 88. Minute. Trifft zum 1 zu 0. Ist das die Vorentscheidung? Das ist natürlich jetzt die Frage. Und zwar kurz vor Schluss macht Spanien hier das 1 zu 0 und es wird sehr schwer für Türkei. Ja und die letzte Aktion gehört auch noch Spanien und zwar Nico Williams wieder auf Petri. Petri durch, kommt zum Abschluss ins kurze Eck und macht den Deckel drauf. 2 zu 0 gewinnt Spanien gegen die Türkei. Und das heißt natürlich, dass Spanien sich das nächste Land erobern kann und zwar diesmal von der Türkei. Und wenn ihr immer noch kein Abo dagelassen habt, dann ist jetzt allerhöchste Eisenbahn und abonniert, um weitere Folgen nicht mehr zu verpassen. Wir gehen direkt wieder ins Glücksrad rein und ermitteln den nächsten Angreifer und zwar es ist diesmal Portugal. Jetzt ist noch interessant, was sagt der Pfeil? Und der Pfeil sagt, nach unten links greifen sie an. Damit geht es ins nächste Spiel für Portugal und zwar gegen Holland. Das Spiel zwischen Portugal und Holland beginnt. Die Spieler kommen eingelaufen, die Fans machen sich schon mal warm und es wird auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel zwischen den zwei Nationen. Der Ball startet oder rollt eher gesagt, Anschluss ist vollzogen und in einer sechsten Minute kommt dann direkt Vitinha gefährlich vor das Tor. Mit einem Distanzschuss, einem Finesse-Schuss ins lange Eck und trifft dann schon zum 1 zu 0 die frühe Führung für Portugal durch einen schönen Schuss von Vitinha in der siebten Minute auf jeden Fall. Dann springen wir rein in die 19. Minute. Palinja auf Bruno Fernandes, der versucht es. Der Schuss wird geblockt, landet bei Vitinha und Vitinha haut ihn rein ins kurze Eck. Wieder ein wahnsinnig schönes Tor. Und das auch noch dann zum 2 zu 0 für Portugal. Also die legen ordentlich los hier am Anfang. Dann springen wir rein in die 60. Minute. Dort kommt einmal dann Holland gefährlich vor das Tor. Von Frimpong auf Xavi Simmonds. Außenrissschuss von Depay. Aber die Jogo Costa hält ihn souverän. Dann in der 75. Minute Holland wieder, die etwas am Drücker sind in der zweiten Halbzeit. Gagpo spielt auf Depay. Der kann Ruben Dias abschirmen, kommt zum Abschluss und haut ihn rein zum 2 zu 1 Anschlusstreffer in der 78. Minute. Damit ist Holland nochmal wieder dran und es wird noch auf jeden Fall spannend. Aber nein, es passiert nichts mehr und der Schiri pfeift ab. 2 zu 1 ist der Endstart und Portugal gewinnt. Der Sieger heißt also Portugal und damit erobern die auch das Land von Holland. Somit sind nur noch 4 Nationen übrig, auch wenn Frankreich und Deutschland noch nicht gespielt haben. Und der nächste Angreifer heißt Spanien. Und der Fall entscheidet natürlich wieder die Angriffsrichtung und zwar nach unten rechts. Somit ist es nicht Frankreich, nicht Deutschland, sondern Portugal. Wir springen in das Spiel rein zwischen Spanien und Portugal. Die zwei Rivalen, der Ball rollt. In der 16. Minute ist dann auch ein gefährliches Foul von Spanien an Portugal. Also eine gefährliche Freistoßsituation, so würde ich sagen. Und zwar für Cristiano Ronaldo. Er steht schon breitbeinig da, läuft an und haut ihn rein in den Winkel. Insknick damit 1 zu 0. Wunderschöner Freistoß von Cristiano Ronaldo, der dann Portugal auch zur Führung bringt. Dann springen wir rein in der 43. Minute. Schöner Doppelpass und dann über außen auf Cavacal. Cavacal ist durch, kommt zum Abschluss, aber haut ihn einfach ans Außennetz. Das war eine Riesenchance, aber leider ist daraus nichts entstanden. Dann sind wir schon in der 83. Minute. Nico Williams nochmal über außen. Spielt zu Petri. Der trickst auch nochmal rum zu Ruiz. Ruiz zu Murata. Murata kommt zum Abschluss, aber Pepe blockt. Da steht Olmu, Olmu. Schießt aber Diogo Costa hält ihn. Und das war auch die letzte Chance in dem Spiel. Der Schiri pfeift ab. 1 zu 0 durch einen wunderschönen Freistoß von Portugal. Und wir wissen alle, was es heißt und zwar Portugal klaut das Land von Spanien und ist damit großer Favorit. Jedoch ist man bei jeder Niederlage direkt raus. Und der nächste Angreifer ist auf jeden Fall Frankreich. Das heißt auf jeden Fall, weil Frankreich keine Chance hat oder nicht an Deutschland liegt, müssen sie auf jeden Fall gegen Portugal. Und damit gehen wir ins letzte Spiel. Der Gewinner muss gegen Deutschland, die sich durchgemogelt haben ohne Spiel bislang. Und ja, dann würde ich sagen, der Ball rollt zwischen Frankreich und Portugal auf ein gutes Spiel. In der zehnten Minute kommt nämlich auch schon Frankreich direkt über außen. Mbappé auf Bacola. Bacola kommt zum Abschluss, kommt nochmal zum Abschluss. Aber Diogo Costa rettet hier. Also wirklich, der ist wahnsinnig. Dann die Ecke in der zwölften Minute von Frankreich. Portugal kann nicht ganz klären. Chouameni kommt zum Abschluss. Aber Diogo Costa wieder. Weltklasse. Also der ist wirklich wahnsinnig stark, auch hier im Dings. So, dann sehen wir 51. Minute. Rabiot kommt rein. Ja, ihr könnt es schon ahnen. 51. Minute kriegt man mit dem Freistoß. Und wer ist da natürlich? Rabiot springt höher als alle anderen. Und köpft direkt nach seiner Einwechslung einfach zum 1 zu 0 ein. Und damit geht Frankreich auch in Führung. Dann in der 56. Minute. Diesmal Portugal wieder. Bernardo Silva kann sich irgendwie durchsetzen. Bleibt sogar am Ball. Kommt zum Abschluss. Aber Mondondar hält ihn souverän. Und das 1 zu 0 für Frankreich. Dann Pepe erobert den Ball in der eigenen Hälfte. Kann aber, wird direkt unter Druck gesetzt. Von den Franzosen. Mbappé erobert sich den Ball. Und wer ist in der Mitte? Es ist Rabiot natürlich. Der Joker mit seinem Doppelpack steht goldrichtig und verwandelt das Ding zum 2 zu 0 für Frankreich. Ist es schon die Vorentscheidung? Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Und zwar Frankreich gewinnt 2 zu 0 und ist damit im Finale gegen Deutschland. Somit erobert Frankreich das Land von Portugal und steht im Finale gegen Deutschland. Das Finale zwischen Deutschland und Frankreich steht an. Die ganzen Fans sind natürlich absolut gespannt. Und es ist die Frage, wer holt sich den Pott? Die Spieler sind bereit. Sie kommen zum Anschlusspunkt. Und es geht gleich sofort los. Der Ball rollt und es geht auf jeden Fall los. Aber Deutschland noch kein Tor. Aber Frankreich kommt gefährlich in der 5. Minute vor das Tor. Mbappé, Mbappé ist dort. Kommt noch nicht ganz durch. Legt auf Grießmann, der kommt zum Abschluss. Aber schön geblockt von Maxi Mittelstädt. Dann in der 42. Minute. Das Spiel hat sich ein bisschen beruhigt. Musiala auf Gündogan. Gündogan ist durch. Gündogan kommt zum Abschluss. Und Mondon, da hält ihn souverän die kurze Ecke fest. Es ist schon die 69. Minute. Langer Ball auf Coman auf der Außenbahn. Frankreich kommt gefährlich vor das Tor. Aber er kommt nicht ganz durch. Legt nochmal zurück auf Theo Hernandez. Der auf Mbappé. Die Mbappé dribbelt sich irgendwie durch. Kommt zum Abschluss. Aber wahnsinnig starke Parade von Manuel Neuer, der das 0-0 rettet. Jetzt Frankreich wieder. 83. Minute. Rabiot auf Dembélé. Dembélé unter Bedrängnis. Mit einem Wahnsinns-Trick. Aber Coman schießt ins lange Eck. Und es ist das 1-0. Das jubeln die natürlich wahnsinnig krass. Als wäre es schon die Vorentscheidung. Aber es kann auch gut möglich sein. Das ist das nämlich schon wahr. Sie jubeln ausgiebig. Die ganze Mannschaft. Die ganzen Fans sind am Jubeln. 85. Minute. 1-0. Und das war auch das Endergebnis. Wir sehen es, wie sie hier schon am Feiern sind. Und sich auch den Pokal abholen. Frankreich gewinnt also das große EM-Battle. Was glaubt ihr, wer gewinnt in echt? Ob es ist Spanien, es ist Deutschland oder sogar Frankreich. Was glaubt ihr, wer gewinnt die EM? Und schaut auch jetzt noch gerne nicht nur an, wie sie den Pokal abholen und sich feiern lassen. Sondern schaut euch gerne auch noch weitere Folgen an von diesem Format oder auch Spielerkarrieren auf meinem Kanal.